Wir sind auf dem Weg zum Flughafen, denn wo wollen wir hin? Nach London! Ich hab keine Ahnung wer das ist! Erwischt ihn nicht! Oh nein! Wir sind gerade auf einer Doppeldecker Busfahrt durch London. Das nennt man ja Sightseeing Tour in Englisch. Wir fahren durch London. Wir haben sowas bekommen. Eine Karte. Ja, da können wir sehen, wo wir durch Land fahren. Und ich denke, unser erstes Ausstieg ist Tower Bridge. Genau. Das ist so ein Bus, da kann man immer einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen. Ja, alles was man braucht ist ein Zettel, den man kriegt, wenn man sein Ticket vorgezeigt hat. Und den muss man behalten, weil sonst kann man noch so mehr aufsteigen oder aufsteigen. Und der B caut, wenn siehst du mal. Ja, wir sind alle. Ja, wir sind alle. Ja, wir sind alle. Ja, ich bist jetzt. Musik Und da ist auch Big Ben dahinten. Du hast Glück, du hast einen Topf. Ihr seht jetzt vom Bus runter und steht jetzt genau vor der Tower Bridge, über die wir jetzt rüber gehen wollen. Wir sind ungefähr in der Mitte der Brücke und wir haben festgestellt, man braucht Tickets, um in den Turm da reinzukommen. Da kann man nämlich von innen reingehen und das kostet dann Tickets. Aber das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir wollen einfach nur rüber laufen. Weil wenn man so dicht geht, geht man auch da oben. Wie läuft da einer oben oder geht man nicht in den Tower? Nein, man läuft da auch noch runter. Also, Anna ist der Meinung, man geht da hoch. Ja, ich hab mal einen Entschuldigung. Vielleicht zwei mehr Fissen. Aber vielleicht kann man das. Man kann hier hoch gehen, über die Dinger rüber. Ich hab aber da auch mal. Und da runter. Ich hab mir selbst ein paar Videos hier von einem Guck. Hier, die Dicke tanzt wieder. Siehst du? Oh, auf die hat er es abgesehen. Oh, und eine braune. Da ist der Trupp schon wieder. Wir werden verfolgt von einem Kindergarten-Trupp. Als wir losgefahren sind, waren die eben schon da. Und jedes Mal sehen wir die wieder. Ja, was für Harry Potter-Fans. Sind die nicht süd? Ja. Guck mal, da ist weiße Wort. Oh ja, da oben. Tada. Ich steh vor dem Backe. Hello. Mama versucht vor mir wegzurenken. Du musst es ganz klein zerreiben. Das ist zu groß. Oh. Oh nein. Oh. 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 Hanna, halt in die Hand. Oh. Oh nein. Da ist eins. Hanna, Hanna, bleib doch still sitzen. Bleib einfach hocken. Ich seh auch aus wie Sau. Oh nein. Au. Au. Nee und laid rein. Auf der Seite. Au und. Ach, alle neuen Lauf. Gericht um. das ist das einzige schild zu unserer verteidigung das schild hängt hier und wir haben da vorne genau gefüttert hier darf man nicht fünf meter weiter nach hinten durfte man und wir haben das eichhörnchen gefüttert und gar nicht die tauben das ist wieder hock dich hin ganz sanft ganz langsam hin hocken hannah nein wie ist es bis jetzt was auf der knie legen soll vielleicht wäre sogar hoch gekommen das ist jetzt schon ist und ja natürlich füttert man eher nüsse aber wir haben leider keine nüsse wir haben nur ein altes brütchen noch in der tasche und deswegen muss es heute mal das alte brötchen sein aber ihr mag mehr habe ich nicht es tut mir leid mehr habe ich nicht mehr habe ich nicht alle 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 das sieht so cool da aus es ist der letzte tag wir gehen jetzt gleich frühstücken wir haben uns schon angezogen da müssen wir noch den koffer machen dies das dies und dann können wir in die bahn und fahren nach hause nach hause ja gesagt nicht wir müssen ja noch fliegen zum flughafen ja wir sind nicht in der bahn wir sind aus der bahn raus wir sind im flughafen angekommen und hat ganz gut geklappt ne ja ich sag jetzt schon die reeling ist der handlauf ja es bleibt nicht auf dass keiner von hinten kommt oder kommt davon nee wir sind das schlusslicht wir müssen jetzt unseren koffer einchecken durch die security durch und dann sind wir startklar für den flug nach hause wir warten auf unseren flug und ich lasse mir noch zu schmecken und mama ich habe einen toast und zeige mal deins wo bevor die fliege daran fliegt hast du gesehen kleines burkensushi und wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen warten wir sind jetzt wieder in hamburg warten auf unser koffer und wir hoffen ihr habt ein bisschen spaß mit uns in london bis zum nächsten mal bei den spielzeug der sun tschüss